Aber man sieht nicht, was es ist. Man kann es nicht rauspulen und dann stört es einen für immer. Und jetzt bin ich verdammt für immer. Ja, da sind wir wieder. Heute mal wieder ein Vlog. Das Blumenmädchen ist wieder da. Also ich wollte auf jeden Fall jetzt mal einen Vlog machen und zwar aus dem Grund, weil es jede Menge anzukündigen gibt. Es haben ja schon in den Kommentaren sehr viele gefragt, ob ich denn auf die Animuk fahre. Und nicht nur da, sondern auch generell. Ich wundere mich ein bisschen, dass mehr Leute fragen, ob ich auf die Animuk fahre als auf die LBM. Aber ich glaube, es ist schon bekannt, dass ich auf die LBM fahre. Und deswegen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal einen Vlog, um mal ein paar Ankündigungen loszulassen. Die erste ist natürlich meine gesamten, naja okay, nicht unbedingt alle, aber zumindest die, die auf jeden Fall jetzt erstmal fest geplant sind, Conventions, auf die ich dieses Jahr gehen werde. Ihr könnt, falls ihr da noch irgendwie Fragen oder Unklarheiten habt, in den Kommentaren habe ich euch die Seite verlinkt, wo meine Tourdaten stehen. Also wo die ganzen Conventions stehen, auf die ich gehen werde. Das ist jetzt auf jeden Fall erstmal die D-Deko. Die ist vom 12. bis 14. in Dresden. Ich bin allerdings nur einen Tag da und das ist der Samstag, das ist der 13.2., wo ich da bin. Ich habe leider keinen eigenen Stand, das heißt, ich kann leider nichts verkaufen. Tut mir auch ganz furchtbar leid für die Leute, die vielleicht extra da hingekommen wären, um was zu kaufen. Ich war schlau genug, mich zu spät anzumelden und deswegen habe ich kein gekriegt. Also das war diesmal einfach meine eigene Dummheit. Ich entschuldige mich dafür, dass ich so dumm gewesen bin. Ich werde aber trotzdem auf die D-Deko kommen, ganz einfach, weil ich mal wieder Lust habe und diese Chance mal ergreifen möchte, mal wieder als Besucher hinzugehen. Ihr könnt aber natürlich auch jederzeit, wenn ihr mich erkennt oder irgendwas in diese Richtung, könnt ihr jederzeit kommen und das ist alles gar kein Problem. Könnt ihr alles gerne machen. So, zweite Convention, auf die ich gehe, ist im März und wir alle können raten, welche das ist, weil wir alle so überhaupt keine Ahnung haben. Und wenn ich das jetzt sage, ist das eine riesengroße Überraschung? Die Buchmesse vom 17. bis 20. Klar ist, ich gehe auf die LBM. Ich habe wieder keinen eigenen Stand, was aber diesmal nicht meine eigene Schuld ist, sondern wie viele wissen, die Stände wurden ja verlost und ich wurde nicht gelost. Ja, es ist schade, aber vermeiden kann man es leider nicht. Ich werde aber beim Vereinsstand aushelfen. Wann genau das sein wird, ist noch nicht ganz klar. Es hängt dann immer noch so ein bisschen mit meiner Arbeit zusammen, weil ich arbeite halt auch noch dort. Und wie die das machen, wie das dann mit der Arbeit wird, wann die mich brauchen, wo die mich brauchen. Deswegen ist es immer noch so ein Hin und Her. Ich habe keine Ahnung. Geplant ist jetzt auf jeden Fall der Samstag und geplant ist noch der Freitag und vielleicht noch der Sonntag. Schauen wir mal. Da bin ich auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt, wann ich am Stand bin und wann ich den Manga verkaufen kann. Werden wir dann sehen. Und das nächste, wie mich viele gefragt haben, ja, ich bin auf der Animog. Vom 1. bis zum 3. April in München. Vielleicht noch ein kleiner Funfact. Der 1. April ist im Übrigen auch der Geburtstag von 4th Instance. Da wird 4th Instance 3 Jahre alt. 2013 hat es angefangen. Ich werde auf jeden Fall da sein. Und da, vielen lieben Dank, Thomas, habe ich einen Stand bekommen. Und ich habe auch, ich war ganz fleißig, ich habe jetzt schon alles erledigt und alles sortiert und alles geordnet. Und ich habe designt und ich habe gezeichnet. Und alles ist schon in der Druckerei gewesen und schon wieder da. Ich habe ein neues Merch. Ich habe neue Postkarten machen lassen. Kennt ihr vielleicht von der FMC Challenge. Und weil ich hatte so Lust gehabt, die Bilder mal so richtig ordentlich zu machen. Ich habe neue Lesezeichen gemacht. Ich habe neue Lesezeichen gemacht. Und der lieben, mega, super, groß, herzigen, geilen, unfassbar super tollen Karo Kitty habe ich jetzt auch Buttons gezogen. Ja, ich habe jetzt auch Buttons. Ja, auf jeden Fall. Es sind jetzt nicht super viele. Das heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich persönlich kann keine Buttons herstellen, weil ich keine Buttonmaschine habe. Und ich habe auch noch nicht herausgefunden, wo man sie bestellen kann, ohne dass man sich dummendusslich zahlt. Falls es da irgendwelche Hinweise gibt, gerne in die Kommentare. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar, wer die gerne haben möchte, kann gerne zur Animo zu mir kommen. Und dann machen wir das schon, ne? Und noch eine große Ankündigung. Ich bin mit dem sechsten Band fertig. Das war im Januar echt ein Krampf und eine Zerreißprobe meiner Nerven, weil ich wollte den sechsten Band unbedingt noch vor der LBM fertig kriegen. Und man muss halt auch bedenken, man muss so vorher einen Puffer von mindestens sechs Wochen einrechnen, weil die Druckerei für einen Druck so etwa zwei bis drei Wochen braucht, wenn es schlecht läuft. Ich muss ja vorher noch einen Testdruck bestellen. Das heißt, ich muss zweimal drucken. Also der Testdruck und dann die Auflage. Insgesamt sechs Wochen vorher müssen alle Kapitel fertig sein und muss das Layout fertig sein. Aber es war im Januar echt. Ich habe drei Wochen am Stück durchgearbeitet, weil ein Kapitel war komplett noch nicht fertig. Und von dem Kapitel davor war die Raster noch nicht fertig. Also ich musste noch rastern, ich musste noch texten und ich musste alles noch zusammenfassen. Und das Ganze musste noch gebetert werden, musste noch ein zweites Mal gebetert werden. Das gesamte Layout musste gemacht werden, alles hin und her. Und es war echt sehr viel in sehr kurzer Zeit. Ja, aber ich habe es Gott sei Dank geschafft. Juhu. Er ist fertig und ihr könnt ihn jetzt vorbestellen. Alle Infos zur Vorbestellung ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal reingucken. Es hat ein paar Vorteile, wenn man vorbestellt. Man bekommt halt sofort ein Band, sobald er da ist. Also ich lege die dann zurück. Aber bitte dann nochmal bestellen, weil es gilt für mich nur wegen der Anzahl. Und man bekommt halt auf jeden Fall einen. Das hatte ich da nochmal auf meiner Webseite sehr ausführlich beschrieben, warum das wichtig ist vorzubestellen, wenn man sich auf jeden Fall ein Band sichern will. Denn ich habe nur Geld für eine begrenzte Auflage. Und wenn mehr Leute am Ende bestellen, als ich Bücher habe, dann muss ich nochmal nachbestellen. Die Nachbestellung dauert dann halt auch wieder. Wer ein Band möchte, der sechste Band mit Kapitel 16, 17 und 18, kann er jetzt gerne vorbestellen. Ja, und ich wollte hier jetzt als letzten Punkt, letzter Punkt, ich rede da nicht mehr weiter. Es ist nur noch der. Wollte ich mal dieses Video hier einblenden. Und zwar ist das das FMC Artbuch von der letzten FMC, von der letzten Fan at Me Me Challenge. Ich bin mega stolz drauf, weil das ist so super geworden und so schön geworden. Und ich bin, oh, ich finde das so toll. Und so, mmh, das ist so toll geworden. Und die Druckerei hat das so gut hinbekommen. Ach, ich war einfach mega stolz drauf. Ähm, der Gewinner darf sich ja drüber freuen. Ja, ich habe euch in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Die ganzen Gewinner und was es zu gewinnen gab und den Wettbewerb und nochmal die neue FMC. Ähm, könnt ihr euch nochmal alles durchlesen. Und mein Telefon klingelt. Ja, das Telefon hatte mich jetzt gerade unterbrochen, aber im Prinzip war das eigentlich auch schon alles, was ich sagen wollte. Mehr gibt es überhaupt nicht mehr zu sagen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt für diesen Vlog. Wir sehen uns dann vielleicht irgendwann im nächsten Vlog, wann auch immer ich den machen werde. Ich mache den ja nicht wirklich regelmäßig. Aber auf jeden Fall sehen wir uns zur nächsten FMC. Beziehungsweise zu dem Video davon. Und ihr könnt weiterhin immer schön Wünsche, Motivwünsche und Fragen in die Kommentare schreiben, die ich dann ins nächste Video nehme. So, das war das schon alles. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann! Ähm, hab ich mir... Äh, ja, Baustelle wieder mal draußen. Ein Drama in 1000 Akten. Ich hab was im Auge. Das ist alles... Oh, ich hab wirklich was im Auge, ey. Aber natürlich sehe ich nicht, was ich im Auge habe. Weil, ist halt so. Man hat immer irgendwas im Auge, das stört einen extremst. Aber man sieht nicht, was es ist. Man kann sich rauspulen und dann stört es einen für immer. Und jetzt bin ich verdammt für immer. Hui! Das Blümchen verabschiedet sich hier langsam. Boah, ich kann mich einfach nicht kurz fassen. Das ist zum Kotzen. Das Blümchen verabschiedet sich hier älbt. Untertitelung des ZDF, 2020